Yo Leute, da bin ich wieder. Wir zocken jetzt hier eine Runde Phase 10. Das kennt ihr garantiert, dieses geile Kartenspiel. Das spiel ich mit meiner Frau manchmal nachts. Und gucken wir mal rein. Heute ist so ein Osterevent. Gucken wir mal kurz rein, wie es abläuft hier drin. So, ab geht's. Siebener Folge, vier Karten, eine Farbe, Drillinge. What the fuck? Warum so viel? Okay, wir legen mal los. Meine Frau hilft mir mit. Wir brauchen jetzt... Eine Siebener Folge und vier Karten, eine Farbe, Drillinge. Okay, wähle die Phase für die Hand. Ich sage, ich nehme vier Akkarten, das nehmen wir noch. Gut, nehmen wir das. Und Siebener Folge auch noch. Okay, wir müssen jetzt eine Siebener Folge erstmal machen. Dann machen wir hier mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das klingt schon mal gut. Wir nehmen die mal mit rein, die neun. So, jetzt haben wir das. Jetzt geht es mich weiter. Jetzt haben wir hier die acht noch mit rein. Die neun noch mit rein. Und die acht lassen wir verschwinden. Das brauchst du jetzt noch. Ja, haben wir doch schon. Irgendwann haben wir schon gewonnen. Hopp, Schluss. Da wurde die schon abgezogen. Hm. So, jetzt brauchen wir vier Karten, eine Farbe. Drilling brauchen wir jetzt. Machen wir. So, das haben wir. Zack. Vier Karten, eine Farbe haben wir auch. Da hat man ja gerade vier gehabt. Hier ist eine. Hup, nehmen wir die mit rein. Ich habe vier Farben, eine Farbe. Und Drilling brauchen wir. Da haben wir auch. Können wir mich gleich so machen und so machen. Da haben wir unser Drilling schon weg. Ohne weiter reden. So, da haben wir das. Da gehen wir mal weiter. Nehmen wir mal die Zehner und die auch mal weg. Brauchen wir ja eh nicht. Okay, da kommt er an. Jetzt haben wir vier Karten und sechs. Da haben wir nichts, schade. Da haben wir leider nichts. Dann gehen wir weiter. Okay, wir können rot oben anlegen. Und hauen die vier. Ja, die vier können wir weghauen. Hat auch eine vier. Eine zwölf. Die bringen uns auch nichts. Die knallen wir auch gleich sofort weg. So, mal. Noch eine vier. Bringt uns auch nichts. Okay, da haben wir hier noch einen Joker. Den setzen wir auf jeden Fall halt mal hier an. Hopp. Rein damit. Dann nehmen wir die vier weg. Da haben wir noch eine Karte. Oh, der auch. Und jetzt haben wir gewonnen. Und tschüss mein Freund. Ab geht's. So, still geht es. So, haben wir alles complete. Perfekt. Erster Platz. Läuft bei uns. So, ein Ost-Event ist das gerade hier. Ich wollte sagen, gibt es zwei. Oh ja. Okay. So, sieben ungerade Zahlen. Sieben Karten einer Farbe. Drilling und Drilling. Gut, machen wir. Meine Frau hilft mir mit. Dann legen wir jetzt mal los. Jetzt haben wir zwei Gegner. Wird es ein bisschen schwieriger. Wir fangen jetzt erstmal an mit... Ich würde sagen, sieben ungerade Zahlen manchmal, ne? So, sieben ungerade Zahlen. Das ist auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das haben wir. Sechs haben wir.